Gut. Au! Es sind wahrscheinlich Fallen. Au! Okay, es sind Fallen. Ich drück nicht mehr drauf. Ich geh nicht mehr auf Druckplatten drauf. Aber ich dachte irgendwie so, Story oder so. Aber nein, ich geh nicht mehr drauf. Ich hab's mir gemerkt. So, jetzt bin ich hier... Oh! Was ist das? Das ist einfach eine Leuchte. Gut. Daddy muss alles anpassen. Jetzt hab ich hier schön dran vorbei. Ja, toll. Was bringt's mehr? Hallo, Baum! Na? Geht's dir gut? Nee, jetzt ist mein Ernst, Leute. Was bringen wir jetzt fort? Komm ich da her? Auf der anderen Seite auch eine Tür? Nee, das sind nur Lampen. Ähm. Hey, ja! Könnte da runterspringen. Vielleicht sollte ich genau das machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber hier ist ein Schlüssel und ein Hebel. Leg den Hebel um, Kronk! Nein, den anderen Hebel. Seh'n da. Leg um. Oh, es regnet schon wieder. Deswegen ist mein PC. Toggle down. Oh, fuck. Was macht das, diese Map, dass es zum dritten Mal, dass hier Regen ist, als ich gestartet bin, auch? Ich versteh's nicht. Warum? Okay, hier muss ich wahrscheinlich hüpfen. Geh' ich mal nach oben. Huie. Soll ich hüpfen? Ich weiß nicht. Ich will hüpfen. Ah! Okay, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hüpfe nur gern. Ah! Ah! Übrigens, Ranken hochklettern kann ich auch nicht. Hä? Ich glaube, ich mach hier gerade irgendwas falsch. Oh mein Gott, es tut mir gerade schrecklich leid. Ja, ich wollte jetzt brechen. Ich wollte wieder zurück. Okay, nochmal. So, hier. Ich glaub nicht, dass ich hier lang sollte. Ich glaub eher, dass ich, wenn dann hier lang sollte. Ne, hier geht's auch raus. Jetzt komm schon. PC. Echt, du bist so mies, PC. Ich lieg' auch nicht am Shader, der wär auch sonst so mies. Das ist... Hä? Bin ich dumm? Okay, ich mach den Shader einfach mal raus. Aber das liegt nicht daran, weil mein PC ist auch sonst so scheiße. Das wissen die, die auch meine Adventure Maps und alles gucken. Äh, nicht... Das ist Adventure Maps. Ja. Intelligenz, Intelligenz. Ich glaub, ich bin zu dumm. Ich bin einfach zu dumm dafür. Es gibt ja auch eine Komplettlösung, aber die will ich mir gerade nicht anschauen. Ich bin einfach gerade zu dumm. Ich geh jetzt nochmal hoch. Vielleicht siehst du ja ohne Shader, aber es ist da nicht... Ja. Seid leise. So. Hier seh' ich... Ist da hinten was? Hier hinter der Lava? Nee. Seh' ich auf jeden Fall nichts. Das ist auch nur dieser dufe Baum. Ist da irgendwas? Da war was. Was hat's geöffnet? Gucken wir mal, was es geöffnet hat. Ob sie überhaupt irgendwas geöffnet hat. Ja, seht ihr? Wieder leck. Ugh. Dani, hol dir doch einen besseren PC. Ja, kostet ja nichts. Alles umsonst. Wie was bezahlt man heutzutage schon noch Geld? Ich hab so einen anderen Schlüssel ja bekommen. Okay, hier ist es auf jeden Fall nicht. Was ist denn jetzt aufgegangen? Ach, hier unten ist was aufgegangen. Oder? Aber den Schlüssel kann ich da auch nicht verwenden. Hm. Mysteriös. Mysteriös. Ich will nicht schon wieder sagen, ich verstehe es nicht. Alles Wimpsen. Und werdet ihr langsam denken, oh, die Dani, die ist ja voll dumm. Das ist richtig einfach. Irgendwas hat's geöffnet. Aber es hat auch nur einmal geöffnet. Kann das sein? Auf. Zu. Kann nur einmal. Okay, ich geh jetzt alle die Dinger hier durch. Hier ist nichts mehr. Was war da vorne? Was ist das? Hä? Es geht ganz schnell auf und zu. Dann geht's erstmal nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Ich geh mal ganz kurz in Game Mode Dings. Game Mode 1. Ich will einfach nur gucken. Die wird ja irgendwo eine Verkabelung sein. Wo führt die hin? Was ist das? Das wird jetzt aktiviert. Nee. Was wird denn aktiviert? Hier der Knopf. Das, 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 das. Was soll denn da aufgehen dann plötzlich so schnell? Ich müsste ja ganz schnell irgendwo hinlaufen. Das kann ich ja nicht mal. Ist hier auch einer? Ah, Blöcke im Baum against Jumpman ist dort nun möglich. Okay. Okay, okay, okay. Es tut mir leid, dass ich das jetzt aufgemacht habe, aber ich habe das echt nicht gesehen. Wenn ihr es gesehen habt, dann ist es ja sehr schön für euch. Aber ich hätte jetzt irgendwie echt nicht gesehen. Ich dachte mir so, was soll ich jetzt machen? Ja, komm. Ich sterbe einfach. Oh Gott, du auch. Ich sterbe beide. Oh Gott, warum hast du eigentlich ein Schwert? Oh Gott. Was bist du? Ein Zombie, oder? Oh Gott. Ich sterbe hier noch an Scheiß-Skeletten. Einfach, wenn man das Skelette nicht abbinksen kann. Okay, Jumpman ist möglich. Wahrscheinlich nicht an diesem Baum, sondern unten. Also gehe ich jetzt nochmal runter. Und esse es mal was. Gut, gut. Wait. So, Blöcke am Baum again. Jumpman ist nur möglich. Gut. Haia! Buster Jumpman ever! Nee, 1 auf 2. Komm ich hier immer noch nicht rein? Gut. Wollte mal sicher gehen. Sag mal Map-Ersteller. Wo am Baum ist der nächste Block ergänzt worden? Glöcke am Baum ergänzt. Ja, gut. Ja, gut, 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 gut. Aber wo? Wo ist die Tür da jetzt auch offen? Scheiße, ich nicht, ne? Nee. Hä? Jumpman ist jetzt möglich. Wo ist jetzt bitte ein Jumpman möglich? Hier sehe ich auch keinen Block, wo ich drauf springen könnte. Also, Entschuldigung, aber... Also, Entschuldigung, aber... Ich sehe hier gar nichts ergänzt. Wie ist denn das, wo ich eben rückwärts drin war? Dann bin ich in die falsche Richtung, wäre ich ja dann gegangen. Na ja. Wenn ich es so mache. Das ist ja ein bisschen Cheating. Andererseits sind einfach Blöcke in diese Richtung. Ich gehe sie dann mal hoch, komm. Weil es sind auch... Es sind diese Hebel... Also nicht Blöcke, sondern Hebel. Sind eher in diese Richtung, dass ich da rein könnte. Ich gucke jetzt einfach mal. Das Schild steht ja da lang, ja. Ich gucke jetzt einfach mal, wo ich jetzt bin. Oh, wie dumm bist du eigentlich, Mädel? Wie dumm bin ich eigentlich? Okay, ich bin auf jeden Fall hier drin. Was geht damit nicht auf? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe irgendwas gehörig falsch gemacht. Kann ich jetzt die Tür irgendwie aufbrechen? So. Ja. Super, Dani. Äh. Wenn meine Maus gehen... Ja. Wenn mein Scrollrad gehen würde. Aber nein. So Game... Game... Mode... Zwei. Gut. Bin ich hier? Ist es hier in Jump'n'One? Black ist immer noch. Gut. Gut, gut. Äh. Lass mich doch. So, 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 so. Wisst ihr, wenn ich so sage, dann hilft es mir. Dann kann ich es ein bisschen besser. So. Na. Man darf die Soße einfach nicht erklären. Wenn man die Soße erklärt, dann ist es, dann ist es so. Wenn man Soße erklärt, dann ist es kein So mehr. Dann geht es nicht mehr so, dann geht es nur erklärt so. Und dann geht es nicht mehr. Wisst ihr? Dann ist es einfach vorbei. Mit Soße. So. So. Aber mit schwierigen Sprengen muss man singen. So, so, so. So, so, so. So, so, so. So. Äh. Was ist das für eine Kacke jetzt? Nein. Nein. Das war eben so typisch Dany. Oh, nee. Okay. Ach. 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 Mit Ach ist es genauso wie mit Soße. Also Ach sind nur noch eine... Ach! Abgestupfte Form von Soße. So, komm mal her. So, ich möchte hier, wo ich wegen Dummheit runtergefallen bin, noch mal hin. Also, das war echt so dumm halt. Sonst geht der Sprung an sich eigentlich ganz klar. Okay. Hätte man mal Jackpoints einpügen können bei so einem langen Jump and Run. Aber naja. Jackpoints ist hier die Map eh ziemlich... War ich hier oder hier? Ich weiß nicht. Ich glaube hier. Eh ziemlich geizig. Habe ich das Gefühl. Und gerade bei solchen Ecken sprüngen. Da kann man doch nicht mit Checkpoints so geizen. Ich finde sie voll schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das sind eine der schwierigsten Sprünge hier. Ich kann ja auch nicht... Da habe ich da einen Block über den Kopf. So, so. 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 Haja. Ja toll, jetzt habe ich das geschafft. Jetzt kann ich hier lang. Dann kann ich hier runter. Oder dann kann ich hier... Hui. Hui. Wo soll ich jetzt hin? Ich kann da nicht runterspringen? Gar nichts. Dann bin ich hier auf dieser Empore. Da kann ich runterspringen. Gut. Da ist auch so ein Slime-Block. Ja, damit ich sicher lande wahrscheinlich. Ey, Entschuldigung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich würde sagen... Ist hier jetzt was... Ich habe ja diesen scheiß Schlüssel. Hier müsste ja irgendwas aufmachen. Das ist eigentlich die einzige Tür, die noch fehlt, oder? Alles andere habe ich hier gemacht. Und die ist durch halt so einen Schlüssel geregelt. Ich habe doch hier alles gemacht. Alles, wo man reinkommt, oder? Das war doch nicht viel. Hier oben gibt es nur diese eine Sache. Oder beziehungsweise das hier, wo ich nicht reinkomme. Warum auch immer. Da soll ich irgendwie raus vielleicht. Ich gehe mal hier rein. Oder? Mach die Nummer kaputt. Was soll mir das bringen? Komme ich hier irgendwie? Ja, komm. Geh weg. Geh weg. So. Ich will mal gucken, wo es hier hinkt. Das ist einfach nur schön aussehen, oder? Hier sind Pfeile wahrscheinlich. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Geh ich mal hier rein. Wie geht es hier? Irgendwo. Äh. Irgendwo rein? Bin ich hier im Spawnraum? Wo es scheinbar zu hell zum Spawn ist. Da war keine Kiste. Es sah aber aus wie eine Kiste. Ich dachte, der war eine Kiste. Doch. Ist doch nicht zu hell. Okay. Ich nehme es zurück mit zu hell. Muss ich hier irgendwie besiegen, oder muss ich irgendwas finden? Die Töne sind cool. Ich habe irgendwas in der Nase. Aber es ist nicht toll. Es ist nicht toll, Leute. Ha. Da kann man runter. Ähm. Okay. Hat mir jetzt eigentlich nichts gebracht. Gut. Gut, dass ich hier runter konnte. Na komm, stirb. Ha. Hüi. Nee. Hat nicht geklappt. War ich so hui, wie ich dachte. Komm, stirb schon. Wie kriege ich dich auf? Ja, kommt. Ich habe das Gefühl, da im Wasser hätte irgendwas sein müssen. Vielleicht ist da ja auch was. Ich gucke nochmal ganz kurz. Vielleicht ist da irgendwie ein Knopf, den ich übersehen habe. Boah, ich hasse Spinnen für ihn, Leute. Ich hasse Spinnen für die Pest. Ich gucke jetzt nochmal hier rein. Nee, da ist echt kein Knopf. Also, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin auch im Game-Mode. Shit. Deswegen greifen die auch nicht an. Ich bin mir ziemlich sicher, hätte was sein müssen. Ich gehe jetzt hier mal lang. Eine riesige Arena. Und ich gehe dafür mal in Game-Mode. Äh. Zwei. Genau. Richtige. Oh Gott, du Monster. Du bist so eklig, dass du dich durchstehst. Ich sterbe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Du ekelhaftes Monster. Bah. Okay, wo ging es da rein? Hier ging es rein. Da, 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 da. Oh, es ist schon wieder scheiß Regen. Ich hasse es. So. Hier. Ey, das ist mir egal. Ich möchte nur da rein. Hä? Warum komme ich nicht? Willst du mich irgendwie... Hä? Ich komme da nicht rein. Hä? Warum komme ich hier nicht rein? Hä? Jetzt geht es. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will es nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Ich kapp's. Ich verstehe es einfach nicht. Ich werde es noch nie verstehen. Ist einfach Tatsache. Komm, sterbe jetzt. Oh Gott, ich muss mich zurückziehen. Oh Gott. Oh, scheiß Mist. Nee, ich bleib jetzt in Game Mode 1. Ist mir kack egal. Mir ist sowas von kack egal. Ich bin zu schlecht für sowas. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr gerade. Weil ich spiele schon seit 40 Minuten an dieser Map. Ich habe das Gefühl, ich schaffe einfach nichts. Ich will auch nicht in die Komplettlösung gucken, weil während der Aufnahme ist es scheiße. Da muss ich die Aufnahme nämlich ganz abrechnen beim Aufnahmeprogramm. Weil es so ein Video ist. Also das nächste Mal, wenn du vielleicht Komplettlösung haben möchtest. Da mach, äh... Oh, ich wollte gar keine Barriere. Jetzt geh doch mal. So, wenn du das nächste Mal Komplettlösung haben möchtest, dann vielleicht lieber in Schriftform irgendwie in so einem Buch, das man nachlesen kann. Video ist zwar auch cool, aber dafür müsste ich echt die Aufnahmen unterbrechen. Das macht dann einfach keinen Spaß. Das ist dann doof. So, ich werde mal gucken, ob noch was kommt nach diesem Bossfight hier. Das ist ja quasi die erste Area an dieser Baum. Äh, ich will euch töten. Die nervige Mistviecher. Ich hoffe, ich habe nichts kaputtgeschlagen jetzt aus Versehen. So. So, 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 so. Also Leute, wenn ihr eine Map einreicht... Also es ist jetzt... Tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen angepisst bin oder so. Und könnt ihr auch gerne so sagen, so, boah, Dani, finde ich voll scheiße von dir. Aber es ist einfach so, ich habe mir dann so eine kurze Map aussuchen wollen. Hier stand über 10 Minuten. Da habe ich gedacht, okay, geht noch. Weil es ist mittlerweile 23 Uhr noch was. Also eigentlich ist es gleich 24 Uhr. Und ich wollte nur schnell noch was aufnehmen, was ich noch schneiden kann, bevor ich ins Bett gehe. Und dann plötzlich spiele ich 40 Minuten an dieser Map. Dann müsst ihr auch die Zeitangaben richtig machen. Ich meine, wenn man jetzt Story und so liest... Also wenn ich durchwasche, okay. Wenn ich weiß, wo alles ist und durchwaschen kann, dann ist es vielleicht 10 Minuten. Aber ihr müsst ja bedenken, dass jemand noch die Story machen muss und immer noch 5 bis 10 Minuten draufrechnen, weil derjenige vielleicht das einfach nicht kennt. Und nicht weiß, wo was ist. Und dann halt selbst nochmal gucken muss. Das ist einfach so mein Tipp. Was ist das jetzt? Das ist mein... Huch! Hab ich es geschafft! Was ist jetzt los? Hallo! Vielen Dank für deine Rettung, Link! Ja, ich bin eine der vier Waisen. Wir vier wurden gerufen, um das Ende der Welt zu verhindern. Doch dann werden wir allesamt überfallen. Geh und rette die anderen Waisen in den anderen Dungeons. Wir müssen die Welt retten. Meine Pflicht ist hiermit erfüllt. Bis erst jedenfalls. Ich zähle auf dich, Link. Ach ja, und nimm dies an dich. Das ist von Peter bekommen, der dir nun endlich dankbar ist. Wofür das wohl später mal gut sein wird? Erschaffe Schleim. Heldenamulett. Hui! Ich lebe! Danke fürs Spielen der Demo. Also, schon wieder Regen! Boah! Das Gebiet ist schrecklich, weil könnt ihr nichts für. Also, ist auf jeden Fall richtig cool. Ich würde wahrscheinlich auch das andere spielen, wenn dann halt richtig gesagt wird, wie lang es ist und so. Also, ich fand's cool. Ein paar Sachen habt ihr ja gesehen, die ich ein bisschen kompliziert fand. Wahrscheinlich sind sie irgendwie einleuchtend für alle anderen. Für mich einfach nur kompliziert, weil ich scheiße bin. Aber naja. Ihr wisst, was ich zu bemängeln habe. Und ich möchte diese Web noch benoten, weil ich's kann. So. Ähm, TNT, bla 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 bla. Ich brauch noch ein Feuerzeug, klar. Ich hab's ja eigentlich immer in Kuchen bewertet, aber ich denke mal, äh... Ich denke mal, ich nehme TNT dafür. Ein bisschen mehr Zombie, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, komm. So. Sprenge ich die Map halt in die Luft. So. Bap, bap. Das war falsch. Bap, 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 bap. Ich bin mittlerweile zu schlecht da drin geworden. Was ist eigentlich grad richtig? So? So, so, so. So. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. So. So? Nee. So. 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 Aha. Ich bin so. So, 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 so. So, ich geb dieser Map einfach mal ein B+, eine 2+, weil die Map aber eigentlich nicht ganz cool und sie sah auch toll aus und Tector Pack und so und ich... Ah, müde. So, in die Luft, Spreng! Spreng dir die Luft! Ah! So. Ey, da steht noch... Oh, steht noch nicht mehr. Es hat nur gelackt so stark. Also, ich will sagen, vielen Dank, das zu sehen. Es sind wahrscheinlich zwei Parts geworden. Äh, entschuldigt meine Nicht-Verabschiedung beim letzten Mal und bis zum nächsten Mal. Ciao.